Es gibt einen geleakten Artikel zu einem kommenden Star Wars Comic, wo unter anderem das Thema Craften thematisiert wird. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall alle bevorstehenden Comic Drops an, die wir jetzt in der nächsten Zeit haben, sowie auch das nächste Collectible, was wir sehen werden. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin's dein Captain, dein Vivi OG, mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Deswegen gerne hier den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, so verpasst du keine weiteren Videos mehr von mir. Und jetzt würde ich auch sagen, starten wir heute zum Samstag auch direkt rein ins Video. Starten tun wir in das heutige Video mit einem Post rein von Vivi auf Instagram. Dieser ist tatsächlich nicht mehr zu finden, aber es gab tatsächlich einen Leak eines Artikels und den schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Und zwar nämlich hier von NFT Evening. Und die haben hier einen Post gemacht, Star Wars NFTs in New Frontier in Digital Collectibles. Und hier wird unter anderem beschrieben, was wir aussehen werden zum 40. Jubiläum von Star Wars. Und zwar nämlich The Return of the Jedi Hashtag 1. Und das aus dem Jahre 1983. Also ein sehr, sehr altes Comic schon. Und wir haben hier unter anderem einzigartige Cover von einem sehr, sehr berühmten Zeichner. Ich kann ihn leider nicht aussprechen, deswegen werde ich das jetzt hier auch nicht machen, wo ich es falsch ausspreche. Auf jeden Fall ein sehr bekannter Zeichner. Insgesamt auf jeden Fall sehr interessante Cover, die hier mit dazu kommen. Das Ganze wird hier am 15. Dezember kommen und mit einem sehr, sehr interessanten Special. Und zwar wird nämlich jedes Comic mit einem digitalen Replika-Poster kommen. Das heißt, ihr bekommt dann nicht nur das Comic selbst, sondern auch gleichzeitig ein Poster zu diesem Cover dazu. Was ich unfassbar cool finde und auf jeden Fall hier auch in Richtung Craften geht, was Comics angeht. Was ein neues Level auf jeden Fall auch für die Comics ist. Ansonsten wird der gesamte Job, wie gesagt, hier am 15. Dezember um 17. Dezember stattfinden. Und das Ganze wird hier 7 Dollar nur kosten pro Comic. Und wie gesagt, man wird dann hier auch die Möglichkeit haben, dieses Cover bzw. dieses Poster dazu zu bekommen. Was ich unfassbar cool finde. Erst recht hier bei diesen Covern, die einfach sehr, sehr nice aussehen. Erst recht hier dieses sehr ikonische. Ich persönlich freue mich auf jeden Fall auf diesen Job extrem. Und hier unten ist noch auf jeden Fall nochmal alles zusammengefasst, von wem welches Cover ist. Und laut hier auf jeden Fall auch Chris Vivi Reisen, der das in der Telegram-Gruppe geteilt hat, meinte, dass hier dieser Künstler, der sehr bekannt ist, Sintjenkovic, müsste das glaube ich heißen, dass dieser sogar tatsächlich aus dem Ruhestand zurückgekommen ist. Nur für Vivi, um dieses Poster dann im Prinzip zu machen. Und das ist auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr krass, muss man einfach ganz klar sagen. Weil es wie gesagt ein sehr populärer Künstler ist. Das Ganze ist aber natürlich ohne Gewehr. Chris weiß das natürlich auch nicht zu 100 Prozent. Das möchte ich auch ganz klar gesagt haben. Aber es scheint so, auf jeden Fall, wenn hier noch ein extra Poster dazu kommt, dass er in irgendeiner Weise dort auch mit beteiligt war. Und nun schauen wir uns auf jeden Fall nochmal das Comic an, was es denn hier eigentlich so preismäßig sagt. Da muss man ganz klar sagen, eine 9.8 Grad für 180 Dollar gegradet ist nicht so wild. Und von dem hier für mich persönlich auf jeden Fall, ja, nicht so interessant vom Preis her. Aber sehr, sehr interessant mit diesem Aspekt, dass man hier direkt dazu noch ein Poster bekommen kann. Beziehungsweise das Poster dann in irgendeiner Weise craften kann. Finde ich persönlich unglaublich cool und werde deswegen auf jeden Fall diesen Drop mitnehmen. Es gibt außerdem noch eine sehr spannende andere Ergänzung. Und zwar nämlich von Alex G, der hier nämlich was sehr, sehr Interessantes geschrieben hat. Zu diesem Post, beziehungsweise zu diesem Leak. Und er schreibt hier nämlich, dass das nächste Comic, was hier droppen wird, zum 40. Jubiläum von Return of the Jeter, der auf jeden Fall extrem, extrem cool sein soll. Und ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt und werde natürlich dich hier auf dem Laufenden halten, was da dann schlussendlich kommen wird. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic-Drop an. Und zwar nämlich Amazing Spider-Man Hashtag 26. Und hier sind meiner Meinung nach wirklich extrem coole Cover mit dabei. Das Ganze wird am 5. Dezember, das heißt am Dienstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Und wir sehen hier auf jeden Fall wirklich sehr, sehr interessante Cover. Auch sehr, sehr schöne Cover, wie ich finde. Also hier auch die Rare wie auch die Ultra-Rare extrem gut gemacht. Und auch die Secret-Rare sieht für mich persönlich auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Schreibt auch gerne hier mal unten in die Kommentare, welche Cover ihr hiervon auf jeden Fall feiert. Ansonsten haben wir hier den Tod von Kamala Khan vs. Miss Marvel. Man muss dazu sagen, Kamala Khan ist an dieser Stelle hier tatsächlich auch schon wieder wiederbelebt worden. Und von daher hat das tatsächlich nicht so eine ganz krasse Relevanz, weil es nicht wirklich der Tod von Kamala Khan ist. Wir haben hier trotzdem den Listenpreis von 7 Gems und eine Editionzahl von 6.000 Stück. Dementsprechend ist hier auch die Aufteilung. Ansonsten schauen wir uns nochmal an, was denn hier eigentlich das Comic auf Go Collect kann. Und dadurch, dass es ein sehr neues Comic ist und es 2023 hier gepublished wurde, ist da natürlich auch preislich noch nicht so ganz viel zu erwarten. Wir sind jetzt bei einer 9.8 Karten, mal bei 50 Dollar, was so relativ normal ist für so einen Comic. Von daher sollte man hier 10 keinen großen Wind machen. Aber die Cover, muss man einfach ganz klar sagen, sehen einfach sehr, sehr cool aus. Was für mich auf jeden Fall ein Punkt ist, warum ich auf jeden Fall mir hier im Nachhinein die Rare wie auch Altraire im Markt nachkaufen werde. Ansonsten sehen wir ein weiteres Tarzan Comic und zwar nämlich Tarzan 217 und das Ganze wird natürlich wie immer mit 5 Covern hier kommen. Am 6. Dezember, das heißt am Mittwoch um 17.00 Uhr deutscher Zeit und hier einmal mit diesen Covern. Für mich persönlich an dieser Stelle auch wieder ein Skip, nicht nur aufgrund hier der Daten auf Go Collect, wo man sieht eine 9.6 Gramm auf 130 Dollar verkauft worden, sondern einfach, weil generell die Tarzan Comics in Vergangenheit sehr, sehr schlecht gelaufen sind und das für mich persönlich deswegen auf jeden Fall ein Skip ist. Kommen wir zum nächsten Comic und zwar UncannyX mit dem Hashtag 14 aus dem Jahr 1963. Das Ganze wird am Donnerstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen und das ganze Comic ist natürlich auch hier wieder mit exklusiven Rare wie auch Altra Covern versehen. Ich persönlich finde die Altra auf jeden Fall sehr, sehr nett gemacht. Ansonsten für mich auf jeden Fall nicht so super interessant. Wir haben hier einen Listenpreis von 10 Gems und eine Editionzahl von 7500 Stück. Unter anderem haben wir hier auch noch die First Appearance of Sinentials. Ansonsten ist das für mich persönlich auf jeden Fall kein interessanter Drop, auch wenn die Go Collect Daten hier nicht allzu schlecht sind. Wir haben hier eine 9.8 mit 30.000. Man muss aber auch dazu sehen, wir haben hier nur zwei gegradete Comics. In meiner 9.6 sind es dann schon 25.000 und auch nur noch 14.000 und in der 9.4 dann schon wieder nur noch 3.000. Also wir sehen uns auch, wenn man hier ganz, ganz schnell runter scrollt. Hier auch eine 5.0 bekommst du schon für 350 Dollar. Wir sprechen hier also auch nicht von einem mega krassen Comic. Es ist halt recht alt und hat einen hohen Grade, auf jeden Fall sehr, sehr wenige Grades. Von daher hat es hier also eine Preissteigerung. Deswegen für mich persönlich auf jeden Fall kein Drop, den ich mitnehmen werde. Kommen wir zu einem sehr interessanten Collectible und zwar nämlich Thanos Copter. Und ich weiß nicht, ob das so ein bisschen besser zum April gepasst hätte, beziehungsweise zum 1. April. Aber wir sehen das Ganze jetzt hier am 3. Dezember um 17.00 Uhr in deutscher Zeit. Und hier mit einem sehr, sehr interessanten Collectible, wie gesagt. Und zwar nämlich den Thanos Copter. Dieser ist animiert und auch mit Sound. Und ja, wir sehen hier im Prinzip einen Helikopter mit Thanos drin. Finde ich persönlich sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Das Ganze würde auf jeden Fall einen Listenpreis von 25 Gems haben und eine Editionzahl von 1.800 Stück. Außerdem eine Ultra-Sein und keine First Appearance natürlich, weil wir ja hier auch schon Thanos auf der Blockchain haben. Auch wie wir mit der First Appearance. Für mich persönlich ist das ein witziges Gadget, aber tatsächlich nichts, was ich mitnehmen werde, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich damit anfangen soll. Für mich persönlich hätte es auf jeden Fall besser zum 1. April gepasst. Kommen wir noch zu einer Ankündigung für alle Fischi-Halter. Und zwar wurde nämlich der Airdrop rausgehauen für alle Fischholder. Ihr könnt jetzt hier im Prinzip euren Tank abholen, beziehungsweise falls er euch schon ins Wallet geliefert wurde, dann seht ihr den jetzt schon. Momentan listenpreismäßig verhält er sich auf jeden Fall relativ strong oder wartet strong meiner Meinung nach. Und ja, dementsprechend auf jeden Fall Glückwunsch an jeden, der das Ganze hier hält und den Airdrop bekommen hat. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gebt dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch da draußen fürs Zusehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen ersten Advent und bis dann, euer Käpt'n. Ciao, ciao. 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 Ciao.